jo leute da sind wir auch schon wieder zurück bei minecraft hat leid mit die wieviel der folge ist es jetzt am stück die dritte die dritte die dritte die letzte freien gott sei dank bis du wieder dran ja das hat zeit ja zeit sie ist nicht ein bisschen zu eilig aus musste so zugewucht soll ich sagen von dem vorher so clean und besser er das soll der eingang sein hier noch so ja da müsste man noch ein bisschen c4 oder sowas platzieren hier unten alles die luft wahrscheinlich wäre auch noch futter der rein rennt ja natürlich warum ist dann doch in der mauer warum warum es doch da oben ist weil sie nicht aber dass da unten habe ich gerade reingemacht das ist die nächste folge ich habe noch keine arbeit für mich gefunden geben wir mal die cover bitte du kannst mir mein most down bringen jawohl mein gebieter ja ich brauche schon einige ich bringe alles mit wir haben nur 230 blöcke die habe ich auch gut gespart den covern vor habt ihr so viel herr ist unser ganzes juju meter ein damals ein tempel doch runtergerissen ja aber keine ganze blöcke das ist eine halbe also das sind blöcke mein freund dass im lessen aber kein da sehen blöcke halt die schnauze meine fresse was hast du gerade mir zertrötelt ich glaube markus rüstung ist irgendwas kaputt gegangen er hatte der bogen sieht geil aus vier herzen schaden jetzt gestorben wer ist alter hat durch ein pfeiler im knie das klappt nicht so richtig das geht nicht nicht scheiß walter weg was wissen wir machen bäume das ist toll aussehen das ist ein dschungel alter ich gehe hier weg da kriegst augenkrebs was kann man auch jetzt machen nix oder verbrennt nein fehler gemacht was nur fehler alter ja ganz übertreiben muss das auch nicht mag ich mache das jetzt so ich mache es eine wand brauchst du nicht einmal generatoren schon der brand der sehr lieben also wo ich batterien was soll ich schon noch irgendwo seitlich habe ich gesagt habe ihm alle leer gemacht das finde ich nicht mal alle weiter mit uns kopf aus ja ja kopf war ich will mal hier dinge zu sortieren körper in meiner herzen das körper in kurz durch den körper zu mir was brauchen wir haben wir das fuck it mit dir alter wenn ich was ich auch nicht ich bin auch voll hört auf zu saufen nur 13.000 war war es ja nicht gerade viel der blöcke alles ist das was du bist du batterie in redstone und kupferkabel ja endlich inventar wieder der mann ist alles reingeschmissen einmal hier deutschland inventar wieder voll warum löscht ist das nicht einfach immer gleich raus behindert und kupferkopper machen wir mal ein paar batterien ja war schon geil aus batterie kann man brauchen oder ja dann brauchen wir ein fern ist es ein weg hast alles dunkel ist man müssen dann halt noch überall so ein bisschen jahnen kreuz und kreuz 13 rumwachsen ich habe schon ein fern ist zu viel gemacht hat immer die damit wir haben 39 ist hier schon mal passiert nein da waren es normale es ist nein das was du irgendwie feind eisen haben wir ein bisschen und dann oben drauf so zwölf neue brauche aber habe ich gesagt aber sie müssen dann auch noch fast so eine art es der hin und wieder da irgendwie drüber wachsen lassen mts und sieht schon ein bisschen sehr krass aus wir brauchen auch davon über ein bisschen glas und dann brauchen noch wir verdienen noch ein bisschen erhöhen können hier so noch kabel mitnehmen und also kabel nein glas das deck mit und dann brauche ich noch waterpuffen haben überhaupt keine waterpuffen waterpuffen waterpuff wie macht man noch mal gold ja nein ich meine die goldwaterpuffen pipes ja das habe ich alles in meinem inventar also kann ich jetzt weiß ich gehe erst mal zum hörmann was machst du ja jetzt echt sinnvoll war ich einfach 20 stext von der top ungelogen aber ein bisschen davon brauchen kaktusgrün nicht nicht material was dicht und drehen ja haben wir schon zuerst alles verbraucht bei was versucht das wäre das habe ich von alles abgebaut um genau zu sein was ich gebraucht habe weil nichts dabei war ja glaube ich dabei war es nicht noch beschwert was überhaupt nichts da war dicht mittel ist kein besser ist es müssen wir kaktus form ja das ist genau das was ich vorhin machen musste weil nichts da war zwar noch gegen 16 stück war noch da ist man nichts da nichts müssen wir haben alles verballert schon dafür haben wir unser kleiner kaktus war mir hausen stehen bisschen wenigstens was zu haben hat schon irgendwie was was komm her dann was das ist dieser überwuchen der urwald ich muss erst was erstmal das zeug dafür brennen wir können ja auch blätter auf dem boden setzen da sind es so wie bücher ja das stimmt aber nur weil ich mache ich noch mal das kannst du das sichtmaterial im inventar hinlegen ich habe es gerade gebrannt idiot wie im inventar hinlegen muss ich nicht erst brennen ich muss einmal das kaktus krein muss den kaktus brennen hast du kaktus krein und es nächstens im winter also ins kreis 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 dann das uns mal es wenn ja das feuer du brennst hast du nur die zum 3 feuer gemacht ja ja also die unteren haben alle da nicht weil du hast eins vergessen sondern die unseren haben alle nur drei jetzt erstmal gewicht sagst du bläst behindert hier mal ein zweiter hier noch ein zweiter aus der welt ja jetzt brauchen wir noch ein bisschen kabel das bringt das ganze hier ja nix dann kabel hin wieder dabei lianen abzubauen ist das ziemlich deprimierend was soll ich sagen ich mache unsere energieversorgung ein bisschen höher du brauchst kreis 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 ich stehe mit einer schere im urwald und bauliane nach du bist ein ganz hart da muss ich nicht sagen wo bist du wo bist du nur weit mit lern hat weg ein halb jahren hat ein wo bist du im urwald und wenn du ja das ist der weg beschreibung kannst du mal sagen was das der karte sie ist irgendwie so bäume zum fettkommt bäume ist ja du hast es gibt das grauen bäume und ja ich bin gerade beim batzen grauen bäume dann doch wahrscheinlich dahinten irgendwie so irgendwie zu gehen wenn du irgendwie beim tempel bist weil dann kann ich dir da meinen helm geben dann lässt sich dein jackpot auf ich bin am tempel ja ich bin deine mauer und das ach da ich sehe dich ach mach doch mal platz hier scheiß steine gut jetzt kann mal deine laberversorgung zeigen was kannst wenn jetzt kann sie es unwirrig ich habe jetzt unsere unsere thema generatoren verdoppelt und jetzt ist meine jetzt habe ich eine komplette schere geschadet muss ja sein also beruhigt habe ich mir jetzt nicht da ist lava da ist lava es kommt überall lava dran wo es sein sollte ich habe so schiss wenn es vorher irgendwas anzündet irgendwie in der nähe und dann einfach alles abfuckt sollte eigentlich passieren sollte eigentlich sollte eigentlich sollte eigentlich aber ich sag es mal so dann ist halt hier ein bisschen gerapeter Urwald Alter das zieht echt unsere lava-dinger so leer respekt wollen wir auch so ein Dach aus bitte machen das ist ja voll dann fuck jetzt erst recht ab du kannst ja hier die Äste nutzen um das zu bauen what the fuck wirst du jetzt warte ich will nur gucken was oh wir haben es geschafft Sven und so ist scheiße Sven wir haben es geschafft du hast wieder geschafft dass die Tanks leer gehen nein wir bauen endlich Energie auf ach so wir haben mehr Output und jetzt wird es Nacht du musst bedenken gerade eben gehen die Solar Panels noch nicht mal die sind gerade aus weil es Nacht ist ja wir machen trotzdem mehr als wir verbrauchen wir füllen aber wir ziehen gerade bisschen die Lava-Dinger leer den einen zumindest den anderen Tank ist der ist noch nicht so leer ja die füllen sich aber gegenseitig ok ich hoffe es habe ich auch so gemacht ich hoffe es sehr dass die sich gegenseitig füllen weil sonst ist gleich die eine Seite leer gezogen das wäre natürlich kack jetzt hat jetzt 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 ja kack ist hast du drum heute noch äh 12 ja ja 12 kacken alter ich habe noch gut lianen ja aber trotzdem ist es ein bisschen einseitig der Verbrauch von Lava ja aber auf der einen Seite stehen ja auch mehr wie auf der anderen nein ich habe sie ausgeglichen ja und die Kabel sind halt auch so ein bisschen so ausgelegt gewesen dass auf einer Seite mehr stehen ja ja gut ja gut das ist jetzt halt nicht mehr so ne so wie ich es gebaut hatte ja ja ich habe keine indiane mehr aber das sieht schon geil aus Markus müssen wir noch weiter oben bauen brauche ich aber truppen Holz kann ich noch was mit Müll haben Oaks sapling dann habe ich noch auch einfach bis jetzt wenn es so alles kommt jetzt haben wir noch auch haben wir ja nur 453 ach das ist ja müssen wir sparen das müssen wir echt sparen aber ich würde sagen wir sparen in die nächste Folge rein ja gleich ich will es noch kurz anschließen hier dann können wir sparen gucken jetzt mal an was du da veranstaltet hast und du kannst dir mal angucken was wir da veranstaltet haben ja sofort aber ich bin ja hier fließt lauer ja der eine hier ist noch an voll und der schaut das fließt doch hier rüber von dem hier fließt ja ich habe jetzt noch unten gemacht dass er nicht alles hier rüber fließen muss und dann rüber also ich habe jetzt alles mal ein bisschen verteilt noch dass man ein kabel nachher gar nichts geändert ich habe noch unten durchgebaut bis nach unten aber egal dass wir jetzt sehen das also an den ecken einfach runtergezogen oder was genau das ist akzeptiert aber solange du nicht tiefer gehst wie die lavadinger ist okay das problem ist wenn du nämlich tiefer gehst wie lavadinger dann haben wir ein problem was wie meinst du tiefer wenn die rohre tiefer liegen wie die lava verbraucher aber du hast hier hinten ein du hast hier hinten zwei ecken vergessen und das wahrscheinlich auch der grund warum der hier leer geht hier geht es glaube ich nicht nach unten also guck mal an der tor ist jetzt auch leer hier musst du hier musst du noch theoretisch noch unterlegen ja hinten im eck macht es mal noch das ist besser für den ausgleich und übergleich post da komme ich aber ja natürlich sagen jetzt alles ich habe noch mal zwölf zwölf stück zugeschaltet was ich habe gesagt vier ja vier habe ich gedacht ja da lohnt sich der aufwand nicht aber ja wir füllen wirklich den strom auf jetzt wenn wir noch ins bett gehen dann geht wahrscheinlich party hart warte jetzt kommt der test ich mache den recycler an das macht auf dem nix das macht doch nix aus wir produzieren immer noch strom what the fuck läuft einfach der recycler mit der einfach acht macht overclocked ist und es interessiert unsere stromzufuhr einfach nicht mehr steigt wir haben endlich mal wieder eine gute stromzufuhr aber ich würde sagen das war's dann mit der heutigen folge ja die ist ein bisschen länger als die anderen aber sehr egal wir haben stromversorgung endlich mal optimiert optimiert das sieht geil aus irgendwie mir gefällt das dann sieht das was geht aber so jetzt ist trotzdem feuer abend bis zum nächsten mal